Hast du schon gehört? Bushido tritt bei Schlag den Star an. Nach etlichen RTL-Sendungen treten Bushido und seine Frau Anna-Maria bei Schlag den Star auf ProSieben an. Wayne Carpendale hat bei Insta schon mal ein bisschen Beef entfacht und in Richtung Bushido geschossen. Ein Typ mit großer Klappe, wo die Frau die Hosen anhat. Was glaubst du, wer das Battle gewinnen wird? Anna-Maria hat schon mal eine Einschätzung gegeben, dass sie sich scheinbar nicht so gut anstellen wird. Bushido selbst hat sich zu Schlag den Star noch nicht geäußert. Für Anna-Marie Carpendale solle der bessere gewinnen. Das Duell der beiden Pärchen findet im Juli statt. Am 13., am 13., natürlich, am 13., siebten Mitte kam der jetzt gegen die Bushidos. Was ist gut? Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg uns am Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.